Junge ist... Ja! Fick dich. Hey Leute, willkommen zu einer Runde 1.2.1 mit Zetix. Zetix. Hast du dein Audio verändert? Du klingst so anders. Da hab ich viel mit meinem. Das ist geiler. Übrigens Leute, ich kann euch ja mal Leons Video angucken. Da hat Leon sehr gut abgeschnitten. Hey du bist so... Fick dich doch. Du bist so ein Asi, ne? Du hast einfach alles rausgeschnitten gefühlt. Ich hab das nicht rausgeschnitten. Ich hab nur was überblendet. Ja. Und ja Sarah, wie geht's dir so? Ich dräng mich jetzt mal an. Gut und dir? Ich hab ein paar Pfeile im Arsch. Ja irgendwie ist das bei mir so komisch zu spielen. Du lagsch! Ja, so fühlt mich auf. Was los Sarah? Hä? Ich gewinn das noch. Keine Sorge mehr. Oh Mann! Und ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Realtalk. Heute wollten wir mal über... Verhütung. Über Verhütung reden. Ja, was hättest du denn von Verhütung? Ähm... Sehr wichtig. Würdest du es jedem empfehlen? Ja. Und du? Viele sagen doch, ähm... Gerade das Aufregende ist noch das Spannende. Weißt du? Das Gefährliche. Ich will jetzt ja was sagen, aber ich lass es nicht. Doch, sag doch. Mach doch nicht. Oh Scheiße, ich muss noch mal konzentrieren. Und ja. Meine Eltern sehen das Video, deswegen... Achso. Kann ich ja nicht solche Witze bringen, weil... Du musst ja gehen raus an dieser Stelle an Saras Eltern. Beziehungsweise an Mama, weil Mama guckt jedes Video. Jedes? Ganz selten mal rein. Ja. Meine Mama macht sogar so eine Ehrenfrau und guckt sich sogar extra die Werbung an. Oh mein Gott. Und es gibt die nicht. Voll süß, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wird dich jetzt beleidigen, aber deine Mama guckt grad so. Tja. Ähm... Wie geht's Ihnen, Frau Kazan? Ach ja, Leute, übrigens... Für die, die neu zugekommen sind. Ich hab ja früher ganz oft mit Leon aufgenommen, bis er mich im Stich gelassen hat. Wie alle anderen. Mach doch ne Wieseling. Und jetzt ist er wieder zurückgekommen. Also schau mal bei ihm vorbei. Und ja, mach die 10.000 auf jeden Fall an dieser Stelle bei mir vorbei. Aber ich weiß eh nicht, wann das Video kommt. Also... Hoff nicht. Junge... Alter, generell, Alter. Ich seh so manchmal Real-Life-Videos von dir. Und ich denk mir nur so... Hä? Habt ihr irgendwie an einem Tag 10 Videos aufgenommen oder so? Ja. Tüchen. Lass uns hier kippt, Digga. Wann sterbe ich, Digga? Nein, ich kann das nicht. Mann, oh. Digga, ich war immer bekannt für ein gutes PvP-Gameplay. Ja. Und deine Kommentare. Hat nicht auch irgendjemand was zu deinen Digga geschrieben, dass du aufhören sollst, Mädchen zu diggern? Ja. Ich weiß. Voll ehrenlos. Ja. Du hast auch genau das perfekte Bild vom Design genommen, ne? Oh mein Gott! Welches Bild denn? Ja. Ich hab ein Bild, wo ich so ein bisschen ausschnellt habe. Und genau das nimmst du natürlich. Das war völlig Zufall. Ja. Hör auf mich zu Bose-Fan, du Arschfresse. Mama. Hallo. Jünger, jetzt hör doch auf zu angeln. Alter, ich kann das grad nicht. Hat nicht mal meinen Apfel gegessen. Digga, jetzt mach ich ernst, okay? Let's go. Okay. Ich hab ein Jahr kein Minecraft gespielt und Sarah, keine Ahnung, hat jeden Tag wie hochgeladen. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Das hier ist meine erste Aufnahme seit Ewigkeiten. Oh mein Gott. Aua. Oh. Hast du ja nicht damals auf Hive gespielt? Ja, ganz früher. Da hab ich ja nicht mal YouTube gemacht. Wahrscheinlich. Hast du damals mit Lucy gespielt? Lack? Ich glaub sogar... Hat Hive mit Luca... Äh... Gott sei Dank. Luca. Jawohl. Jawohl. Ich weiß noch, dass ich Hive gespielt habe. mit Eat the Slimeball. Wer ist das, Digga? Hä? Kennst du das nicht, diese Insider, wo immer die Runden voll waren und man kein Premium hatte? Und andere Leute haben immer geschrieben, Eat the Slimeball, damit die Leute leften. Ach so. Ich hoffe. Da war ich doch so ein Random. Und hab das selbst in den Chat geschrieben. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Witzig, Alter. Ja. Okay, wer jetzt diese Runde gewinnt, ist der bessere Spieler in Minecraft, okay? Ja. Offiziell. Ab jetzt. Nein. Doch, warum? Junge, ich... Ja! Ich geb dir ne Rot, Digga! Digga! Junge, ich hau jetzt euch in der Aufnahme an. Das geht nicht. Hallo, ich geb dir ne Rot und versuch dir ne Combo zu geben, aber... Tja. Gut, es geht. Tja. Hast du ja gewählt. Oh nein! Oh ne, jetzt muss ich mich ja anstrengen. Ich hasste UHC, ne? Ich hasste so lange Kämpfe... Oh mein Gott. Okay. So hast du ja komplett. Und ich hasste Lava. Oh mein Gott. Pfff. Tschüss. Komm mir allein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. 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 Ja, an dieser Stelle schaut euch mal Sex Education auf Netflix an. Gigi. Oh. Achso, ich musste lachen, deswegen... Findet ihr übrigens meine Katze. Junge. Oh mein Gott. Die ist voll geil. Oh mein Gott. Tschüss. Nein, ich geh weg. Okay, bist du bereit zu verlieren? Hast du eigentlich auch noch auf YouTube männliche YouTube-Freunde? Oder? Ne. Ah, ich sag's mir jetzt auch nach der Aufnahme oder was, alter. Okay. Was denn? Ja, vor allem, ich find das voll krass. Du warst voll lange inaktiv und wie aktiv deine Abonnenten einfach noch sind. Ich hab 3000 Aufrufe. Ja, ich find's krass. So für deine Inaktivität. Oh Junge. Hätt ich das gemacht. Ich hatte ja noch so 10 Aufrufe. Aber heute, wenn man nicht ganz schnell über Zahlen reden... Wann bist du denn Gott ab? ...wenn du so viele Klicks. Ja, ich hab ein Fortnite-Video. Dann hab ich keinen Bock mehr. Oh mein Gott, erster Win, direkt ein Snap. Ach ja! Wieso machst du dir eigentlich die Mühe, so richtig alte Videos rauszukramen? Digga, das machen meine Videos aus, okay? Okay. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss! Okay. Machen Jitter-Duel, okay? Wir müssen jetzt beide jittern ohne Rot. Ich kann das nicht. Nein! Dann verliere ich. Ich kann nichts ohne Angel. Junge, du brauchst nicht verliere. Machen wir jetzt jittern? Okay, wir machen jetzt ohne Angel. Ich kann das nicht. Ich würde so gern deine Facecam sehen, ne? Nein! Oh! Oh! Let's gooo! Ah! 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 Warum machst du eigentlich was mit Phasen? Äh, warum machst du eigentlich was mit Celtics? Ich weiß ja. Ja! Ach stimmt! Oh mein Gott! Ja! Da dachte ich mir auch so, nur weil Firegoden oder so sich mir irgendwen nicht versteht, soll ich dann auch direkt die Freundschaft da kündigen oder so? Keine Ahnung. Keine Ahnung, das find ich so lächerlich. Ich mein, was erwarten die da? Oh mein Gott! Also wenn ich ein UAC-Kit gegen dich verliere, gell, dann kann ich erfolgreich verkaufen gehen. Offiziell verkaufen gehen wir nicht. Oh mein Gott! Ich hab Angst. Tschüss! Oh! Aua! Das war unfair. Ja, in dieser Stelle schaut mal bei Celtics vorbei. Cool! Und natürlich bei Firegoden. Moin! Hat er schon nicht nötig, gell? Der kriegt ja nur 100.000 Aufrufe pro Tag. GG! Fick dich! Oh letzte Runde, glaub ich, gell? Oh mein Gott, was ist das? Oh nie! Okay, die muss ich jetzt gewinnen. Das ist nur die letzte Runde, wenn ich gewinne. Ja, weil die gewinnt, ist der beste Minecraft-Spieler, würd ich mal sagen. Das hast du schon gesagt. Wer hat sie gewonnen? Ich. Nein, stimmt nicht. Halt einmal. Oh, ich dachte, ich würde mich jetzt wieder 1.000 Jahre weg angeln. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ja! Oh Gott! Ja, auf jeden Fall, Leute, was ist mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr mit Leon sehen wollt, dann lasst eine positive Bewertung da. Schaut bei Leon vorbei. Bis nächstes Mal. Haut rein. Ciao! Haha! Ciao! Ciao!